Hey Friends, anlässlich meiner Ausstellung nächsten Monat in Zürich, habe ich mir ein ganz besonderes Projekt einfallen lassen. Und mit dem Endergebnis hätte ich wirklich selber nicht gerechnet. Auf jeden Fall war meine Idee, dass ich das größte Bild male, das ich jemals gemalt habe. Und hierfür habe ich mir extra eine Leinwand liefern lassen mit den Maßen 1,80x1,60, was wirklich unglaublich groß ist. Und auch bei den Farben wollte ich mal was Neues ausprobieren, weil die, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass meine viralsten Videos irgendwie immer die mit meiner goldenen Technik waren. Aber in der letzten Zeit habe ich irgendwie immer mehr mich davon distanziert und habe immer mehr Spaß daran bekommen, mit Farben zu arbeiten. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob es euch besser gefällt und was ihr dazu sagt. Ihr könnt das gerne unter meinem Insta-Beitrag dazu kommentieren und macht das bloß weg für mehr.